Der Sympathie! Der alte Goldgräber hat uns vor denen gewarnt! Verhaltet euch ganz normal! Sagen Sie mal, was machen Sie denn hier? Hä? Wir, äh... Wir sehen uns Amerika an! Wir lieben uns alle! Was willst du? Na, das ist der dritte Stopp in der Höllenloch-Nationalpark-Tour! Was ist denn das für eine Ausstellung, hä? Also doofe Typen wie die sehen wir auch in Miami! Keine Aufregung, Leute! Diese Trapperfamilie sind wir gleich los! Nehmen Sie Ihre Kameras und halten Sie diese Erfahrung im Bild fest! Na, haltet eure Arsche fest! Ich puste sie gleich weg! Wir sind die Besitzer dieser Mine! Haben Sie gekauft? Von einem alten Kerl! Der aussieht wie Fuzzi! Ach, Entschuldigung! Das ist ein Nationalpark! Was du da hast, ist falsches Gold! Das legen wir in die Minen für diese Deppen! Denn Spaß und Felsen ist alles, was wir haben im Höllenloch-Nationalpark!